UNTERTITELUNG Was feiert man eigentlich am Geburtstag? Dass du ein Jahr älter geworden bist. Was gibt's da zum Feiern? Dass du nicht gestorben bist in dem Jahr. Das ist eine scheiß Gegend. Die Frauen ziehen weg und die Männer werden immer komischer. Das ist Gin Tonic. Gin Tonic ist kein Alkohol. Und warum sind sie dann schon so besufen? Jetzt hab ich eh schon dreimal bei dir bloßen müssen. Da kannst du dich aber schon mal revanchieren. Ah, Entschuldigung. Prost. Du, Andi, danke schön, was trinke ich jetzt nicht mehr. Alles muss man selber machen. Jetzt gibt mir noch eine Chance. Ich hab meine Entscheidung getroffen. Ich bin ganz langsam gefallen. Wissen Sie, ich war früher Spiegelalkoholiker da. Da fahrt man immer ganz langsam, damit man die Polizei nicht erwischt. Habe ich schon mal Beileid gesagt? Ah. Weiß ich gar nicht. Entschuldige. Mein Beileid. Du hast mir gar nicht gesagt, dass dein Mann vor ein paar Tagen gestorben ist. Ja, ja. Ganz schön schwer gewesen, der Reh. Praktisch ein halber Hirsch. Hast du gebrauchte Ersatzteile? Ja. Was ist das? Ein Rechtsanwalt. Wenn Sie so nett sind zu mir, geht's mir noch schlechter. Nett! Nett! Wieso bin ich denn nett? Ich bin doch überhaupt nicht nett. Mein Beileid. Haben Sie überhaupt noch einen Führer schon? Na? Nett!